Hallo, ich bin Arani. Hallo, ich bin Svenja. Und ihr macht die Ausbildung zur Kauffrau in der Ausgleichskasse Nidwalde. In unserem Beruf ist es wichtig, dass du offen gegenüber Kunden bist, dass du Grundkenntnisse des Computers hast und gut in der Sprache bist. Er muss gerne am Computer arbeiten. Und schulisch müssen wir vor allem in der Wirtschaft gut sein. Ich mache morgens Post und berechne ich noch von Kunden versicherte Renteanmeldungen. Ich werde gut unterstützt und in unserem Team haben wir einen guten, familiären Umgang. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gehabt. Hat es euch gefallen? Bewerbt euch doch! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!